Ich bin für dich der Tod und ich dein Erlöser. Buddy, haut den Lukas! Warum nimmst du mich raus? Du springst höher als der Korb, das ist nicht mehr irdisch. Aber wenn du drei Männern aufs Maul haust, ist das etwa irdisch? Aber in dem Fall gerecht. Ich bin stark, mein Körper braucht das. Diese Fremden sind die gefährlichsten und übelsten Typen im ganzen Weltraum. Atschi! Zweites nicht zu identifizierendes Zeichen von nichtmenschlicher Herkunft. Alarm rot für allerdings! Na und? So! Haben Sie mir so aufs Maul gehauen oder war das das Kind? Ich bin hier der Sheriff und ich kann mir meine Mitarbeiter aussuchen, wie es mir passt. Willst du Sheriff, wir traben ab! Kommt alle her! Buddy, haut den Lukas! Hin hoch! Das ist ein Überfall! Keine Bewegung, sonst knallt's! Ich verstehe auch mit Ihnen keinen Spaß! Obwohl wer ohne Wert ist, der bleibt da! Okay! Eine kleine Spritze und schon wird das Fieber runtergehen. Ich werde das Fieber runtergehen. Ich werde das Fieber runtergehen. Buddy, haut den Lukas!